hallo ich grüße euch recht herzlich hier in der kryptosphäre mein name ist hugo und ich möchte mit dir in den nächsten halbe stunde bis 40 minuten oder dreiviertel stunde mit dir über den coin beziehungsweise token safemont sprechen in diesem video ganz kurz noch mal geht es primär darum dass ich dir einmal aufzeige wie man informationen verarbeitet wie man einzelne aussagen auf ihre ich sag mal echtheit überprüft und zugleich zusammenhänge erkennt das ist nämlich sehr wichtig in dem bereich wo wir menschen wenn wir als investor irgendwo fungieren und unseren geld unsere unser geld unser hart erarbeitetes geld irgendwo investieren möchten dann bedarf es hier eine genaue marktübersicht und da möchte ich dir gerne einfach mal eine kleine hilfestellung anbieten damit du vielleicht auf die zukunft hingesehen vielleicht ein zwei punkte mitnimmst damit du eben mehr informationen hast und auch bis unbesorgt dein geld auch investieren kannst jetzt nicht nur safe moon sondern das gilt auch für die zukünftigen zukünftigen investitionen die du tätigen möchtest wir beginnen einmal safe moon protokoll ich bin vor ich glaube ein monat auf den coin gestoßen und ich glaube dass ich dass das protokoll an sich sehr interessant sein könnte also die smart contract eigenschaft könnte sehr interessant sein weil ich in dem bereich nichts gleichwertiges also stand letzten monat nichts gleichwertiges finden konnte mittlerweile gibt es natürlich einige nachahmer aber das ist wie gesagt ein anderes thema ich habe mich mit diesen coins nicht beschäftigt sondern primär mit self moon und da möchte ich dir gerne meine zusammengetragenen informationen vorstellen kann wie du sehen kannst sind es hier einige register aber das soll dir helfen dass du eben ein besseres verständnis bekommst und das sind jetzt auch informationen die einen direkten zusammenhang zu safe moon und generell zu den einzelnen überprüfungen der aussagen dienlich sind safe moon ist eine deflationäre münze das bedeutet dass im laufe der zeit umso höher das volumen ist umso höher wird auch der wert des tokens des coins eben auch sein weil bei jedem verkauf stecken hier zehn prozent gebühren und diese gebühren sind im smart contract hinterlegt das heißt jeder mensch oder beziehungsweise jeder token inhaber der die coins verkauft muss eine zehn prozentige gebühr bezahlen das gilt für jeden und in diesen zehn prozent gebühr ist einmal fünf prozent ja fünf prozent werden an die einzelnen token inhaber ausgeschüttet und die anderen 50 prozent werden verbrannt das bedeutet dass im laufe der zeit umso mehr volumen in diesem coin drin ist dass umso mehr verbrannt wird aber zeitgleich die supply sinkt und zeitgleich der preis dann eben auch steigt das ist eine volkswirtschaftlicher mechanismus der hier betrieben wird also regel nummer fünf tun mir leid regel nummer fünf nicht aber es ist ein volkswirtschaftlicher mechanismus der hier betrieben wird und das macht auf lange sicht dann eben auch oder das bringt auf lange sicht einen erhöhten preis mit sich weil eben die supply also die gesamte gesamte münzbestand eben auch im laufe der zeit dadurch sinkt zum einen soll diese besteuerung diese sanktionierung eben dabei helfen oder den menschen einen anreiz zu geben hier kommen wir jetzt regel nummer fünf in der volkswirtschaft menschen reagieren auf anreize das heißt diese zehn prozent besteuerung sanktionierung soll den menschen einen anreiz geben um den token zu halten da überlege ich mir im laufe der zeit natürlich zweimal ob ich meine coins verkaufe oder ob ich meine coins nicht verkaufe denn das soll dann zum zweiten hin die preismanipulation eben auch verhindern weil da kommen wir einmal zu bitcoin vor zehn jahren oder vor elf jahren oder bitcoin gerade mal ein jahr auf dem markt war oder sagen wir mal vor zwölf jahren wo bitcoin einen cent gekostet hat gab es menschen die sich natürlich diesen coin gekauft haben in ihrer wallet hatten vergessen hatten wie auch immer und immer mal die sogenannten wale eine eine erhöhtes volumen dann in den markt streuen also durch eine verkaufs order sehr viele coins auf einmal verkaufen das setzt letztlich einen schmetterlingseffekt frei und dann kommen ganz ganz viele klein anleger oder mittelgroße anleger und verkaufen auch ihre münzen weil sie denken oder weil sie denken dass der markt jetzt letztlich crashen wird und dann hat man die möglichkeit eben so münzen teuer weiter zu verkaufen und günstig wieder einzukaufen also so würde ich das machen als wahl ganz ehrlich und deswegen soll genau diese eigenschaft im smart contract genau diese preismanipulation dadurch verhindern weil eben eine besteuerung von zehn prozent hinterlegt ist es ist natürlich eine andere sache wenn dein coin oder wenn safe und an sich einen extrobitanten preisanstieg hatte und du sagst ich verkaufe 20 prozent weil meine exit strategie sieht vor dass ich bei dem und dem preis das und das an prozent verkaufe dann ist es in ordnung aber wie gesagt ich finde sehr sehr spannend und menschen reagieren nun mal auf anreize und diese zehn prozent sanktionierung finde ich persönlich einen sehr sehr guten anreiz um diesen coin zu halten ja wir gehen mal ganz kurz drüber safe mode ist offiziell eingetragen durch brandon john caroni mit der registrierten adresse und es ist auch aktiv also am 18 dritten wurde das ganze lizenziert noch eingetragen das ist auf jeden fall eine legitime eine legitime aussage wenn safe und sagt sind unternehmen oder sind legit also legitim das team sehr sehr spannend ich persönlich finde das natürlich immer sehr sehr authentisch wenn eben nicht alle im selben outfit im selben anzug mit dem selben hintergrund abfotografiert werden und man kann hier erkennen dass jeder random ein bild genommen hat oder ich womöglich ihr bestes bild genommen hat und ja und das dann eben als als team member auf der website safe moon.net eben auch ausgestrahlt wird finde ich natürlich sehr sehr authentisch dass eben nicht anzugträger dahinter stehen also es ist halt ansichtssache aber es ist eben meine mein geschmack und noch schlimmer wäre es wenn sie stockbilder nutzen würden was man natürlich allzu häufig im kripto bereich sieht wo man dann letzten endes dann auch davon ausgehen kann dass das team sich einfach nicht zeigen möchte weil jemand der sich nicht zeigen möchte agiert im hintergrund und wenn man dann sowas großes wie ein coin entwickelt und damit auch viele millionen volumen auch in diesem coin drin stecken also wenn wir hier einmal das an den market cap mal denken dann finde ich schon wichtig sich auch zu zeigen und wenn sich jemand nicht zeigen möchte dann denke ich mir warum will er oder sie sich nicht zeigen ähm sind das denn leute die sie dann im nachhinein sich schützen wollen also das ist so meine meine perspektive aber sehr sehr authentisch ähm auch die einzelnen linkedin accounts sind direkt mit verbunden sodass man die einzelnen abschnitte des werdegangs auch direkt einsehen kann eine feine sache mhm die roadmap ja sie haben natürlich einiges geplant eine app soll entwickelt werden eine wallet soll entwickelt werden im games bereich save moon möchte im nft bereich einsteigen im video gaming integration sie wollen 35 prozent der ähm belegschaft erhöhen und was besonders wichtig ist die integration der token ökonomie also diese 10 prozent sanktionierung im protokoll das sodass eben diese 5 prozent regelung auf alle inhaber greifen nicht nur auf ähm token holder die mit einer wallet also wie meter mask oder wie trust wallet äh mit drin verbunden sind sondern auch menschen die in der börse eben diesen coin handeln das soll zum gleichermaßen eben auch ähm besteuert werden beziehungsweise auch ähm 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 zum gleichermaßen soll auch daran teilgenommen werden ob jetzt auf der börse oder ob jetzt direkt äh in einer wallet deswegen das ist natürlich eine ganz ganz große sache weil ich persönlich kenne gar kein coin der eine token ökonomie integriert in das smart im smart contract hat und diese token ökonomie aber auch auf börsen zugreift das ist mir nicht bekannt und wenn sie das schaffen dann ist es natürlich wow Hut ab das ist da werden aber auch einige mit folgen da bin ich mir sicher dass wenn sie das geschafft haben dass diese schnittstelle zwischen börsen klappt weil es ist ja auch äh im defi bereich sehr sehr wichtig dass natürlich noch sehr viele leute auch äh diese schnittstelle haben wollen a oder b eigene schnittstellen entwickeln und c dann sind die börsen natürlich ähm mit weiteren zusatzfunktionen auch verbunden das heißt rein theoretisch also das wäre das wäre der oberhammer wenn sie das hinkriegen und auch relativ schnell äh savemo konzentriert sich nicht wie die anderen coins auf den äh amerikanischen oder auf dem asiatischen markt sondern fokus ist der afrikanische markt ich könnte mir schon vorstellen das ist ein community token auf jeden fall und da ist natürlich auch äh es mit einige einige mehr wert mit äh also es sind einige mehr nutzen geplant und ähm sodass die devs eben auch gesagt haben dass der auch die community mit auch entscheiden kann beziehungsweise auch angehört wird ähm das werden sie auch berücksichtigen dass eben ich mir vorstellen kann dass man vielleicht sagt okay statt fünf prozent an die token inhaber besteuern wir nur vier prozent und die ein prozent gehen in wohltätigen organisationen oder in wohltätigen fonds oder vielleicht für die für die verbesserung der bildung der menschen in afrika ist alles möglich also von von wohltätiger wohltätigkeitsorganisationen bis hin zu ähm kooperation mit non profit unternehmen ähm und und ja also es ist vieles machbar vor allen dingen in afrika weil es eben noch äh an ja nicht jeder mensch hat dort eine bankverbindung und man man sieht natürlich auch dass es eben ein entwicklungsland ist und äh da finde ich es natürlich sehr sehr stark dass äh sich jetzt safe moon sagt dass wir vorrangig ähm den afrikanischen markt im visier haben äh und da natürlich auch den ein oder anderen mehrwert erzeugen wollen ja äh q3 mhm ja sie wollen natürlich ähm coinbase binance in kraken gelistet werden muss man natürlich schauen ob das so auch klappt ähm binance ja kraken ja coinbase sehr schwierig sehr sehr schwierig weil einfach coinbase steht kurz vor ähm vor dem börsengang und eine das ist ein regulatorischer marathon ein regulator also coinbase hat an sich eine sehr sehr hohe regulatorik und wenn ich entscheiden könnte zwischen coinbase binance kraken würde ich sagen coinbase weil das natürlich im äh außer regulatorischen perspektive viel mehr vertrauen hervorruft als binance weil binance sitzt äh auf malta coinbase sitzt nicht auf malta und coinbase hat ein einfaches äh äh user interface und binance ist ein stück weit komplizierter mhm ich meine für neulinge ne nicht für die leute die bereits sich damit auskennen aber da finde ich coinbase viel viel interessanter ähm aber auch zugleich viel viel schwieriger ja es gibt ja diesen coinbase effekt wenn eben bekannt wird dass jetzt ein coin auf coinbase gelistet wird dann dann sieht man natürlich ex wie der preis exorbitant steigt ähm jetzt vor einigen tagen store jay und fillcoin ja spannende angelegenheit q3 wir lassen uns alle überraschen und to the moon ja google trends wenn ihr oder wenn du dich jetzt fragst was macht er jetzt mit google trends ähm also google trends ist für mich ein sehr sehr guter indikator für die nachfrage mit google trends kannst du ermitteln ähm wie die nachfrage für ein coin ist beziehungsweise für etwas ist ähm da wird getrackt was sucht der mensch auf google trends was sind die trends in den kommenden tagen man kann das hier einstellen finde ich sehr sehr spannend und man kann hier auch klar erkennen dass ab start von save moon der coin hier sehr zugenommen hat ja man kann natürlich hier direkt sehen dass äh nach start von save moon ähm das interesse beziehungsweise die nachfrage nach diesem coin extrem gestiegen ist und auch in zukunft hin steigen wird also ich nutze google trends besonders ähm um die nachfrage zu überprüfen um zu überprüfen ob etwas wo was ich im auge habe ob das eine nachfrage hat und man kann natürlich auch hier ähnliche suchbegriffe auch finden oder auch verwandte themen beziehungsweise auch ausreißer ähm aber ich finde es hat einen kausalen zusammenhang zwischen ähm nachfrage und preis ähm wenn wir jetzt mal ganz kurz auf den bitcoin preis übergehen der letzten fünf jahre ähm kann man hier diesen peak im jahre 2017 sehen da hatte nämlich bitcoin im dezember 17. dezember 17. bis 20. dezember ein peak von 19.000 dollar was sehr sehr spannend war für äh auch alle im krypto bereich und man kann hier auf jeden fall eine gute korrelation kausal mit erklären äh wenn man jetzt den echten preis zugrunde legt ähm wir haben hier das war der peak ne ach das ist der safe moon entschuldigung so äh das ist der peak im dezember also man kann sehen 17. september oktober da nimmt es zu november dezember 18. dezember ist der peak mit 18.600 sorry 18.600 dollar war der höchste wert im jahre 2017 gleichermaßen kann man das auch hier anwenden oktober november dezember 17. bis 23. 20. dezember ist der peak und dann kann man hier sehen wie letztlich die nachfrage abgenommen hat und das gleiche auch mit dem preis ist im november dezember januar februar märz april wieder gestiegen und das gleiche hier auch oktober november dezember januar also man kann hier auf jeden fall einen kausalen zusammenhang erklären zwischen bitcoin preis und auch nachfrage und auch google trends nutze ich sehr sehr oft um irgendwie auch die nachfrage zu ermitteln jake powell everyone needs safe moon spannend ähm ich kenne ihn nicht muss ich ehrlich sagen es ist glaube ich ein boxer was für mich eben wichtig ist ich bin ein sehr sehr zahlenorientierter mensch ist das hier also mir ist das hier wichtig die mögliche reichweite das sind 3,8 millionen menschen die erreicht werden können durch diesen kanal und das finde ich natürlich immer sehr sehr spannend wenn jetzt natürlich auch so eine bekannte persönlichkeit auch everyone needs safe moon postet in gleichermaßen auch bei lili achdi da ist ein rapper lili jetschi achdi naja er ist ein rapper und ähm hat auch im selben zuge safe moon gepostet und da kann man natürlich auch sagen auch mit hohen reichweite und das gleiche auch mit soldier boy how do i buy moon also da ist auf jeden fall safe moon mit gemeint und da kann man natürlich auch hier sehen dass die reichweite hier sehr sehr hoch ist und an sich durch solche kleinen tweets natürlich auch einen hohen impact haben kann weil damit erreicht man eben mit der heutigen zeit mit twitter instagram erreicht man in kurzer zeit sehr sehr viele menschen und da finde ich es natürlich spannend dass eben äh safe moon an sich schon ich sag mal soweit bekannt ist dass auch bei bei promis oder rappern promis boxern auch safe moon bekannt ist wenn wir mal auf trustpilot gehen ähm da da musste ich schmunzeln ähm ich kenne trustpilot nur um irgendwelche dienstleistungen produkte zu bewerten aber dass du nicht spannend safe moon xyz ist nicht mehr erreichbar sie haben jetzt safe moon dort net als adresse das müsste natürlich nochmal hier geändert werden aber an sich ist das echo über safe moon sehr sehr gut gibt es natürlich auch negative stimmen das habe ich mir schon vorhin durchgelesen ähm da war ein user der der meinung war dass nur die wale besteuert werden äh statt die normalen käufer hat man immer das ist auch vollkommen in ordnung ähm jeder hat eine meinung und wenn man dann der meinung ist dass safe moon oder anderes shitcoin sein sollte dann sollte man darüber im dialog gehen und sagen warum das so ist aber jeder darf natürlich seine meinung so sagen wenn hier shitcoin mehr nicht gesagt wird ja es ist vollkommen in ordnung also das echo an sich ist sehr sehr gut wenn man hier mal über geht und ich möchte jetzt auch keine mutmaßung treffen aber vielleicht waren das irgendwie leute die vielleicht schnell reichen werden wollten das kann natürlich auch sein naja nicht mit negativität befassen jeder hat sein recht zu sagen dass er etwas scheiße findet oder nicht gut findet dann ist es aber auch vollkommen in ordnung dann sollte man darüber diskutieren und darum darum auch im dialog gehen und sagen warum vielleicht kann der oder diejenige etwas ändern aber an sich ist das echo sehr sehr gut yahoo finance was ist denn da passiert sehr sehr interessant yahoo finance hat hier einen beitrag verfasst über safe moon der sogar auch nicht kritisch ist ist einfach gehalten was safe moon ist und wo es eben auch gehandelt werden kann was ich sehr sehr wie gesagt ich bin sehr sehr zahlenorientierter mensch und ganz ehrlich also yahoo finance ist jetzt auch nicht gerade eine seite wo ich immer drauf gehe aber wenn ich einmal überprüfe wie viele menschen man mit yahoo finance erreicht werden kann dann ist es natürlich eine ganz andere sache und zwar mit yahoo finance.com erreicht diese website im monat 74 millionen menschen was spannend ist und wenn da ja safe moon im artikel erwähnt wird ist das natürlich eine super angelegenheit die eben auch publicity darstellt reichweite generiert und letztlich auch den menschen den zugang zu safe moon auch erleichtert das finde ich natürlich sehr sehr spannend dass eben 74 millionen menschen organische suche eben über yahoo finance generiert wird uber suggest nur mal so als info kann man prüfen wie viel organische suche man auf einer website hat btc echo auch ein magazin was ich sehr gerne lese tatsächlich hat auch safe moon artikel verfasst er in eine richtung eher in so einer kritischen richtung angehaucht aber das klären wir tatsächlich im weiteren verlauf weil diesen artikel möchte ich gerne mit euch gemeinsam durchgehen und schauen dass da einige punkte dann doch nicht so korrekt beschrieben worden sind wie es wirklich ist wir gehen einmal über zu bsc scan für die leute die bsc scan nicht kennen das ist die beinen smart chain datenbank wo man einzelne ja wallet ids überprüfen kann die contract ids nachverfolgen kann und safe moon selber das hatte ich anfangs nicht erwähnt läuft im übrigen auf der beinen smart chain also nicht auf der ethereum smart chain nicht dass das verwechselt deswegen kann man hier die einzelnen transaktionen einsehen die kontrakten contract adresse die einzelnen holen das ist für mich sehr sehr wichtig denn als ich mich mit safe moon beschäftigt habe waren das glaube ich nur 17.000 doch ja 17.000 holder und jetzt sind wir bei 371.000 das ist schon eine sehr sehr starke leistung nicht mal in einem monat an so vielen menschen als holder zu gewinnen das ist schon stark muss ich so sagen weiter geht es die adresse ist die brenn adresse also hier werden die token eben hin transferiert die fünf prozent verbrannt werden sollen laut den entwicklern sind die private keys vernichtet worden also die haben keinen zugang in diesen in dieser wallet was letztens letzten endes mir die schlussverügerung offen lässt wenn kein zugang wenn kein zugang möglich ist und die einzelnen coins verbrannt werden dann muss es ja rein theoretisch rein mathematisch gesehen bei jeder transaktion wir gehen mal ein bisschen in die mathematik wenn pro transaktion fünf prozent an die token in habe ausgeschüttet wird okay das heißt fünf prozent des umlaufvermögens bleibt weiterhin gleich aber wenn gleichermaßen fünf prozent vernichtet werden dann sinkt die supply im laufe der zeit was letzten endes ein volkswirtschaftlicher mechanismus ist aber nehmen wir mal an das ist nämlich sehr spannend dieser gedanke ist mir tatsächlich vor einigen tagen soweit aufgefallen wenn der coin bei einem preis von x steht auf einen preis von y fällt dann wieder auf den preis von x hoch geht wieder auf denselben preis dann ist doch rein theoretisch die markt kapitalisierung viel höher als davor könnte mir folgen das heißt wenn jetzt der coin auf dem punkt steht fällt und dann im laufe der zeit wieder auf diesen punkt an oder auf diesen punkt sich hin entwickelt dann ist doch die marktkapitalisierung rein theoretisch viel höher ohne dass mehr geld jetzt eingeflossen ist weil durch die vernichtung durch die brennrate eben dieser coin konsequent auch verbrannt wird beziehungsweise die einzelnen volumen dieser coins auch verbrannt werden das heißt letztlich muss man kein geld investieren in diesen coin um den marktcap zu erhöhen sondern man muss stetig transaktionen tätigen und damit sorgt man ja auch für eine höhere marktkapitalisierung das ist der gedanke der mir nochmal aufgekommen ist was ich im laufe der zeit sehr sehr spannend finde und sehr interessant was nach zwei drei jahren passiert also wenn der coin wenn die supply erreicht worden ist und es sind aktuell 400 milliarden coins verbrannt und es gibt eine billiarden coins also es ist eine eins mit 15 nullen im übrigen und 400 milliarden sind bereits verbrannt und das ist dann eben dieser dieser gedankengang den ich eben auch hatte was das halt sehr sehr spannend macht das kann komischerweise über 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 coin market cap noch nicht getrackt werden es ist sie sind dabei dies zu fixen weil durch diese brennrate das ist halt was einmaliges und das heißt da muss jetzt kein zusätzliches geld einfließen nur transaktion durchgeführt werden und das würde dann rein theoretisch den marktcap ja auch weiterhin steigern safe mode an sich kann man mit der community also nicht mit dem wert nicht mit dem coin und nicht mit dem mechanismus im smart contract sondern mit der community gleichsetzen wie mit hotch finance das habe ich nämlich von einigen gehört dass safe mode mit hotch finance ein bisschen im konkurrenzkampf steht weil hotch finance ist auch relativ neu ist im februar 14. februar gestartet hat aber nicht denselben mehrwert wie safe mode aber es ist sie befinden sich in einem konkurrenzkampf das ist genauso wie wenn ein apfel im konkurrenzkampf mit der birne steht also aber es ist im konkurrenzkampf sagen muss man so ist schön konkurrenz und wettbewerb ist immer schön wenn wir jetzt mal an hotch finance denken hotch finance wurde am 4 märz auf whitebit gelistet es hat zehn tage gedauert um die den höchsten punkt der preisentwicklung über whitebit darzustellen zehn tage gedauert auch safe moon ist mittlerweile auf whitebit gelistet und eins zwei drei es sind aktuell sechs tage vergangen das heißt es ist abzusehen dass eben auch eine preissteigerung mit der listung bei whitebit eben auch einhergeht einhergehen kann was letzten endes wenn ob es letzten endes passiert ist eine andere sache aber wie gesagt wenn sich jetzt safe moon und hotch finance im konkurrenzkampf besteht dann muss ich diesen beispiel eben diese diese wettbewerbsanalyse wenn hotch auf whitebit gelistet wird es nach zehn tage gedauert hat um sein all time high zu erreichen müsste rein theoretisch das gleiche auch auf safe moon passieren aber gut es sind wie gesagt die beiden projekte sind nicht gleich ich weiß überhaupt gar nicht warum da ein konkurrenzkampf entstanden ist keine ahnung coin market cap sollte für dich die erste anlaufstelle sein wenn du einen coin analysiert du kannst die coin market cap so vorstellen coin market cap ist quasi der big mac unter den datenbanken du kriegst auf anhieb alle informationen über einen coin über deren mehrwert über die smart contract adresse die den markt wie das soziale echo ist in den sozialen medien und die aktuellen nachrichten dazu also da kriegst natürlich sehr sehr viele informationen und auch vergleichbare coins und die einzelnen daten das ist natürlich immer sehr wichtig um in die analyse zu gehen aktuell wird safe moon bei bitmart und whitebit gehandelt dodo bsc kenne ich gar nicht ganz ehrlich deswegen ist die liquidität hier auch auf null ich weiß gar nicht warum sie da drin stehen aber safe moon wird über pancake swap gehandelt da ist das höchste volumen aktuell hinterlegt und es ist ein bisschen kompliziert du musst erstmal bnbs haben also wenn du jetzt auf binance bist brauchst du bnbs diese musst du dann an deine wallet checken entweder über metamask oder trust wallet über pancake swap ganz wichtig pancakeswap.finance heißen die nicht pancakeswap.com das ist ein scan dann musst du deine bnbs auf deine wallet checken auf pancake swap musst du deine bnbs in rapid bnb umtauschen und deine rapid bnbs musst du in safe moon umtauschen es ist sehr sehr kompliziert ähm deswegen ist es natürlich wenn man jetzt sagt listung bei coinbase listung binance listung kraken das sind börsen die sehr sehr groß sind also binance ist die größte und da ist natürlich also jetzt aktuell sind die marktzutrittsbarrieren für safe moon sehr sehr hoch weil es sehr sehr kompliziert ist jemand der neu im kryptobereich ist wird es schwer haben über pancake swap seine coins zu wechseln zu changen deswegen wenn man eine listung jetzt auf binance kraken oder coinbase bekommt dann ist natürlich die marktbarrieren sind dann sehr sehr niedrig weil man einfach ziemlich leicht diesen coin auch erwerben kann wenn du ich mag coin market cap ich mag aber auch coin gecko über coin gecko kriege ich die ebenfalls die selben infos wie bei coin market cap aber da habe ich ein stück weit mehr nutzen weil ich dann auch die einzelnen social media kanäle auch begutachten kann und für mich ist es immer wichtig wenn ich als investor mich in einem coin investieren möchte dann ist mir die die community extrem wichtig also es ist wichtig wie viele follower sie haben wie viele telegram user sie haben facebook user discord reddit man kann auch die einzelnen github quellcodes überprüfen wie und wie oft daran daran gearbeitet wird dafür gibt es auch analyse software oder webseiten woran man direkt erkennen kann ob jemand im github dann auch aktiv an dem source kurs arbeitet aber für mich ist immer wichtig twitter hier sind übrigens die gleichen märkte auch bakery swap ist dabei wenn du dich jetzt fragst so warum kaufe ich nicht günstig ein verkaufe das ganze teuer weiter also das ist natürlich also das ist natürlich ein sehr sehr guter gedanke das wäre nämlich arbitrage trading arbitrage trading sorry und denk an die 10% denk daran wenn du von pancake swap zu whitebit transferierst zahlst du 10% wenn du auf whitebit dann einkaufst und dann wieder verkauf zahlst du auch wieder 10% und wenn du deine coins von der börse abziehst das weiß ich noch nicht so ganz ob das sanktioniert wird abziehen von einer börse von einer wallet zu andere wallet das weiß ich nicht ob das sanktioniert wird vielleicht wisst ihr da ein bisschen mehr schreibt das mal in die kommentare da bin ich auf einem offenen ehrlichen dialog auch angewiesen weil ich dann natürlich auch ein mensch bin und ich möchte es gibt sicherlich die einen oder anderen infos die ich vielleicht auch verkehrt interpretiert habe aber wenn du mehr weißt bitte lass uns auf jeden fall im dialog gemeinsam gehen nur dann können wir alle besser werden aber für mich ist natürlich immer wichtig twitter man kann hier auf coingecko direkt sehen dass die twitter gemeinschaft hier kontinuierlich gestiegen ist und ich weiß auch mit geld kann man halt alles kaufen auch twitter follower um das eben zu überprüfen ob das auch wirklich wirklich nachhaltig ist gibt es eine ganz einfache methode wie man das prüfen kann und zwar über social blade social blade ist eine plattform worüber du ein bisschen mehr insights bekommst also ein bisschen mehr information bekommst über einzelne kanäle auf youtube twitch und co hier können wir natürlich sehen dass die follower anzahl hier stetig gesund gewachsen ist also es ist kein hätte man jetzt irgendwelche followers gekauft hätte man einen einen rapiden anstieg an follower wieder ein abstieg und hier sehen wir auch zum anderen tag auf tagesebene die einzelnen follower am 31.03. waren es 2281 dann 1000 2000 9000 11.012 und immer so weiter also es ist auf jeden fall nachhaltiges wachstum und in diesem falle es ist natürlich ein gutes instrument um solche sachen wie übermäßige fan aufnahmen auch direkt zu überprüfen weil es gibt viele leute die kaufen sich die fans und damit simulierst du dann eben auch eine vermeintlich hohe gemeinschaft ähm nicht mit uns wenn wir nicht mit der kryptosphäre wenn wir in ein coin investieren dann müssen wir mit allen mitteln versuchen jegliche ich sag mal ähm unklarheit zu beseitigen und auch zu überprüfen weil hätte jetzt nur mal als beispiel hätte man jetzt gesehen dass an einem tag 12 oder 40.000 menschen hinzugefügt worden sind und am nächsten tag nur ein oder zwei also dann ist für mich klar okay das ist dann dann ist der korn raus für mich also ähm man sollte da auch nach und nach scoring nach dem scoring modell arbeiten also einzelne daten immer überprüfen 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 und wenn es ein oder zwei punkte und unklarheiten gibt dann ähm sollte man halt wirklich scharf nachdenken ob man das wirklich noch machen möchte oder nicht und ähm das ist für mich dann immer extrem wichtig vor allen dingen wenn ich als investor von mir äh habe ich hier was kleines vorbereitet ähm ich habe das video gerade geschnitten weil ich mir noch ein team machen wollte wenn jetzt auf einmal abrupt irgendwie die 10 sich gewechselt haben entschuldige ich mich ähm ich habe hier was kleines vorbereitet und zwar habe ich hier zwei alternativen oder zwei möglichkeiten vorbereitet und zwar die erste möglichkeit ähm der investition die man tätigen kann nehmen wir mal an ähm ähm wir haben wir haben 10.000 Euro und investieren in SafeMoon für 0,001 äh US Dollar äh Euro äh ich habe das jetzt aus aus Gründen der Einfachheit jetzt mit Euro gerechnet und das sind jetzt erstmal soweit fiktive Zahlen ich will dir einfach nur veranschaulichen ähm ähm welche Möglichkeiten du halt hast ähm nehmen wir mal an unser Kontostand ist bei 50.000 nach der Investition von 10.000 zu 0,00001 Euro ist unser Kontostand bei 50.000 wenn ich jetzt auf kurzfristige Gewinnmitnahmen aus bin also das heißt ich habe 10 investiert 10.000 Euro und mein Kontostand ist jetzt bei 50.000 und ich verkaufe das ist eine kurzfristige Gewinnmitnahme ähm auf Grund von einer hohen Preisanstieg dann muss man folgendes berechnen 50.000 verkaufe ich da berücksichtige ich die 10% Sanktionierung so dass eben 5.000 Dollar äh 5.000 Euro dann erstmal weg sind 2.500 an die einzelnen Holder und 2.500 verbrannt somit bleiben 45.000 Euro über bei einer Kapitalertragssteuer in Deutschland beträgt dieser 23% und somit ziehen wir von den 45.000 auch nochmal 10.350 Euro ab so dass folgende Formel uns erstmal so dass folgende Formel für uns erstmal ähm wichtig ist und zwar dass eben 34.650 Euro überbleiben als Gewinn ja kann man machen Punkt 2 das gleiche Beispiel 10.000 investiert zu dem Preis Kontostand sagt 50.000 aber ich halte diesen Coin ein Jahr lang und durch die 5% Verteilung alle 30 Tage also im Durchschnitt sind das 450 ich hab mal das mal durchgerechnet bei 10.000 sind das im Durchschnitt 450 Euro ähm die man jede Woche bekommt das ist im Monat 1.800 Euro das heißt wir würden dann bei 50.000 Euro 21.600 Euro hinzuaddieren nach 12 Monaten so dass wir insgesamt bei 71.600 Euro stehen wenn wir jetzt die da müssen wir dann auch beim nach einem Jahres äh halten müssten wir auch die 10% Steuern von SafeMoon was eben in der Tokenökonomie hinterlegt ist ähm mit berücksichtigen so dass wir dann insgesamt bei 64.440 Euro dann auch stehen es ist wichtig also nach einem Jahr ist der Coin an sich steuerfrei aber nochmal für dich ich bin kein Steuerberater ich bin kein Anwalt ich bin kein Finanzexperte das nochmal vorweg letztlich würdest du das Doppelte rausbekommen wenn du diesen Coin hältst und das animiert natürlich auch diesen Coin zu halten das ist dann auch für mich dann auch oder für dich auch ein großer Anreiz zu sagen ich halte diesen Coin wenigstens für ein Jahr so dass du eben ähm ja knapp das Doppelte dann eben auch rausholen kannst das äh eben zu dem vereinfachten Beispiel was hat SafeMoon da getwittert oder TheTronfather ist einer der Dev-Teams von SafeMoon ähm aktuell sind das 338.000 Holder ähm mittlerweile sind das 371.000 ich aktualisiere das einmal merkt ihr bitte die merkt ihr bitte die Zahl also ist auf jeden Fall um 1.000 angestiegen jetzt ähm also jetzt sind mittlerweile 372.000 und ähm nicht 338.000 was du aber berücksichtigen musst ist dass auf den einzelnen Börsen ähm hier im Beispiel White App im Beispiel BitMart 100.000 nochmal hinzukommen das heißt wir wir sind aktuell bei knapp einer halben Million Holder was innerhalb von einem Monat extrem stark ist also extrem stark nicht mal Hodge hat zu viel und ich glaube nicht mehr Dodge der Dodge Coin hat zu viel innerhalb eines Monats geschafft was ich sehr 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 an SafeMoon bewunder ist dass die einzelnen Devs Mitglieder einmal oder nicht dreimal die Woche eine Ask Me Anything starten und da erklären sie die aktuellen Fortschritte da erklären sie offene Fragen da ist die Community dabei man kann das war jetzt äh die Ask Me Anything von 4.04. also schon vor 8 Tagen also eine Woche alt äh haben aktuell 25.000 Menschen angeschaut ähm finde ich auch sehr sehr spannend auch jetzt aktuell ist eine Ask Me Anything auch ähm aktuell in Mache aber ich werde mir die Wiederholung anschauen ähm es ist gerade 21.17 Uhr und um 21.00 Uhr äh ist die äh ist die AMA gestartet und ich schaue mir die Wiederholung an weil ich für euch dieses Video aufnehmen möchte oder um euch letzten Endes äh hier ja Tipps an die Hand geben will damit ihr da auf jeden Fall bestmöglich vorbereitet seid ne auf eure äh auf eure Zukunft mit mit der Kryptosphäre und auch ähm in der Kryptos Szene in dieser AMA ganz kurz nochmal ähm wurde in der Minute 3 was sehr sehr Spannendes gesagt und zwar ist Safe Mode aktuell dabei eine App zu entwickeln finde ich sehr sehr spannend ähm da wird womöglich auch eine Wallet äh mit integriert sein ähm ist natürlich immer so personenabhängig also ich habe ungern eine Handy Wallet eine mobile Wallet weil ich bin eher so ein Mensch ich äh habe meine Passphrases mein Private Key und äh versperre sie lieber bei der Bank im Schließfach jetzt würden einige Stimmen sagen warum Schließfach bei der Bank be your own Bank ähm es hat einfach nur damit zu tun dass ich ähm eine Wohnung habe ich habe um mich herum Nachbarn und ähm ich vertraue meinen Nachbarn überhaupt nicht da muss nur jemand irgendwas falsch machen einen Brand auslösen ich kann natürlich auch meine 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 Private Key auch in meiner Wohnung irgendwo verstecken deponieren wie auch immer oder verschließen aber ähm mir ist die Gefahr zu groß dass andere dritte Menschen irgendwas anstellen weil ich kann nicht in deren Köpfe reinschauen und ähm wenn man im Krypto-Bereich tätig ist ist natürlich der Private Key den zu verwahren und zu sichern das A und O und deswegen ist für mich dann auch die die schließt äh Bank Schließfach äh hier sehr hilfreich weil eben die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist dass bei der Bank ein Brand ausgelöst werden kann und deswegen ähm ist das natürlich hier für mich die beste Option gewesen ähm weil eben ich möchte dass hier irgendwas passiert dass die Wohnung dass die Bude in Brand gerät und ja und die Private Keys eben noch weg sind es gibt unzählige Beispiele wo Private Keys durch durch unsaubere Ablage durch unsauberes Verhalten zerstört worden sind also ähm da möchte ich mich nicht dazu zählen genau John Caroni ist aktuell oder war aktuell in UK und hat dort einen Office eröffnet und äh ja kann man machen ist auch sehr sehr spannend ist auch in der Roadmap ja so hinterlegt gewesen ich finde es halt sehr sehr stark dass eben die Roadmap so penibel eingehalten wird um letzten Endes auch diese Meilensteine auch der Community eben auch zu präsentieren deswegen ist für mich dann auch immer die Frage okay sagen kann man vieles vertraue aber auf die Information die du selber erhoben hast das ist für mich das A und O und deswegen geht es in der Digitalisierungszeitalter ganz einfach auf Endol Safe Mode Limited eingegeben gesehen am 7. April das ist am 6. April und am 7. April wurde ein Büro in London angemietet und ups und deswegen ist für mich diese Aussage auf jeden Fall valide und da kann ich auch vertrauen drauf und was natürlich auch spannend ist Binance Next Binance Next I am a man of my word du musst dir das mal so vorstellen Binance ist die weltgrößte Börse die weltgrößte Exchange Binance hat mehrere Millionen Mitglieder und der Zugang zu Binance ist sehr sehr einfach hat natürlich auch KYC Verfahren also sehr sehr viele Menschen nutzen Binance und auf Binance kann man sehr sehr viele Coins handeln der niedrigste Coin also wirklich der der am der wirklich wenig Volumen hat sind gerade mal mehrere Millionen Dollar was natürlich extrem gut ist also das heißt selbst wenn wir den niedrigsten Volumen an Coins bei Binance raussuchen hat dieser niedrigste Coin mehr Volumen als über mit SafeMoon und wenn SafeMoon das schafft bei Binance gelistet zu werden dann holler die Waldfee also dann ist hier wirklich Feuer frei weil einfach Binance ist weltgroß wie ich schon eingehend erwähnt habe ist jetzt aktuell der Zugang zu SafeMoon sehr sehr schwierig weil nicht viele Menschen wissen was eine Meta Maske ist was eine Trust Wallet ist was Pancake Swap eigentlich ist oder mit welchen Handelspaar man am besten SafeMoon kauft und das ist eben Rapid BNB also Binance USDT oder USD und wenn es dann schafft bei Binance bei Binance gelistet zu werden dann ist natürlich hier der Zugang zu diesen Coin sehr sehr einfach gleichermaßen hat aber Binance auch sehr sehr strenge Regularien also ca. 98% der Anträge bei Binance für eine Anfrage oder Antrag auf Listung wird abgelehnt weil einfach Binance selber sehr sehr hohe regulatorische Richtlinien hat und laut den Devs in der AMA haben sie gesagt dass die Regulatorik bereits durch ist und wenn bei Binance die Regulatorik erstmal approved wurde erstmal in Ordnung ist dann muss eine Listungsgebühr erfolgen von einer halben Million also laut den Devs war das eine halbe Million und diese Listungsgebühr muss an Binance quasi als Soll überwiesen werden und diese Listungsgebühr wird von Binance für wohltätige Zwecke genutzt aber das ist ein Soll den eben man erfüllen muss damit man überhaupt bei Binance gelistet werden darf nichts anderes wird auch bei Rewe und bei Edeka passieren wenn jemand da mit einem neuen Produkt kommt muss man dann auch erstmal eine Listungsgebühr also Werbekosten dann eben bezahlen damit man überhaupt auf Augenhöhe in irgendein Regal sich platzieren kann deswegen sehr sehr spannend dass sie hier auch nochmal sagen Binance der nächste das bringt mich hier wieder zu einem anderen Tweet tatsächlich und zwar fand ich das sehr sehr spannend also am 4. April hat Binance TheMoon getwittert also damit du dir das mal vorstellst Binance hat noch nie den Begriff Moon genutzt noch nie ist in der Kryptos Szene die Aussage dass ein hoher eine hohe Preisentwicklung eben auch einher geht das heißt dass ein Coin zum Mond geht also ein Preis so doll steigt dass der zum Mond geht und das finde ich natürlich das ist jetzt wirklich Interpretation also TheMoon kann auch hier sein ein Coin der zum Mond geht es kann aber auch hier auf SafeMoon angedeutet werden weiß ich nicht es ist nur eine Interpretation was aber SafeMoon dann am 2. April ebenfalls getwittert hat Binance Goals start next week also ist natürlich schon hier eine klare Ansage die eben SafeMoon dann auch sagt also ich würde tatsächlich wenn nichts du musst dich mal Folgendes vorstellen also folgendes Szenario du bist Entwickler einer Münze du bist relativ jung auf dem Markt seit einem Monat und du weißt auch dass die Community die Krypto-Community sehr sehr misstrauisch ist und ich würde jetzt auch mal behaupten sehr sehr ängstlich ist weil die Krypto-Investoren die lange lange dabei sind die haben auch 2016 und 2017 mitgemacht und 2017 war ja die Ipo-Phase wo Ico-Phase wo eben sehr sehr viele Unternehmen auf dem Boden gestampft worden sind mit tollen White Papers mit tollen Mehrwerten mit tollen Nutzen und wir können das und das wir werden das und das machen und viele Leute haben investiert, investiert, investiert in der Ico-Phase und dann sind die Unternehmen einfach abgehauen sehr sehr viele Menschen haben ihr Geld verloren haben ihr Geld geprellt und ich finde es ist schwierig in so einer jungen Phase zu sagen Binance next Binance Goals start next week damit ist auf jeden Fall das Font-Raising mit gemeint aber trotzdem allein den Begriff Binance zu erwähnen wenn noch nichts unter Dach und Fach ist suggestiert natürlich der Community dass da irgendwas im Busch ist es reicht auch vollkommen aus einfach das Wort Binance irgendwo zu twittern sodass eben auch ein Preisanstieg auch mit einher geht beziehungsweise dass viele Menschen dann in diesem Moment dann auch denken da ist die Listung gerade ähm kurz bevorstehend und ich investiere also allein das Wort Binance reicht aus allein das Wort Coinbase reicht aus oder Kraken reicht aus du musst da auch nicht drin stehen haben oder irgendwas oder allein das reicht aus um der Krypto-Community zu suggerieren dass da irgendwas mit Binance geplant ist also ich glaube wie gesagt wenn die Regulatorik bereits geprüft worden ist dass da schon Gespräche stattgefunden haben das ist wie gesagt nur eine Annahme und sie hätten das nicht gemacht hätte sie nicht mit Binance vorher gesprochen sagen wir es mal so und sie haben ja auch gesagt dass die Regulatorik bereits geprüft worden ist ob jetzt durch Binance oder an sich durch die Dev-Teams das weiß ich nicht aber ich würde sowas nur posten und die machen auf mich ja schon einen sehr sehr schlauen und solventen Eindruck dass die auf jeden Fall wissen was die da posten und was die da machen deswegen wird es auf jeden Fall jetzt noch an der Listungsgebühr ähm nochmal dranhängen was mich letzten Endes zum Merch bringt ähm ja wie soll eine Listungsgebühr finanziert werden natürlich mit Merch und aktuell sind übrigens alle Merch ausverkauft nur mal so by the way ähm hat Corona bestätigt alles ausverkauft gibt Lieferschwierigkeiten durch Corona und ähm also das ist mein Stand es ist aktuell ausverkauft Stand vorgestern ähm ja aber nichtsdestotrotz mit einem starken Coin und mit einer starken Community sollte auch ein Fundraising möglich sein ähm aktuell brauchen sie eine Million Dollar ich denke mal 500.000 für die Listung von Binance und 500.000 für die Erstellung der Safe Mode Exchange ähm ich hab das hier hinten tatsächlich geplant mit dem Twitter das könnten wir tatsächlich auch nochmal vorschieben ja ich hab jetzt nicht damit gerechnet, dass das jetzt hier auftaucht aber wenn wir schon dabei sind machen wir das also aktuell sind 65% äh der eine Million bereits ähm bereits ähm gespendet ein Spender hatte sogar auch 500.000 äh Dollar in Form von BNB gespendet was ich sehr sehr stark finde und womit man auch den Dev-Teams dann auch mithelfen kann ähm es ist eine Börse geplant ähm auf dem man durch das Halten nicht nur von Safe Mode also bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege aber die Info ist halt sehr sehr neu die sind wie von gestern die Info auf ähm da hab ich mich noch nicht eingelesen aber soweit ich informiert bin es ist so dass man da muss man natürlich ich hab da muss ich nochmal fragen wie es mit der Tokenökonomie ausschaut weil Safe Mode sagt wenn du BTC hältst also Bitcoin hältst kannst du in gleichermaßen auch äh in die Token Tokenökonomie auch eingreifen das heißt dass du dann eben auch ähm durch das Halten von Bitcoin auch Safe Mode bekommst wie sie das aber machen das weiß ich nicht wie die Tokenökonomie dahinter steht und wie die Mechanismen dahinter stehen das äh weiß ich nicht dafür ist diese Info zu neu die ist nämlich gestern erst gekommen und ähm ich hatte da wie gesagt noch keine Möglichkeit mich da einzuarbeiten aber das ist die Aussage ähm dass du durch mehrere mehreres Halten von Coins auch deine entweder Safe Mode bekommst oder auch BTC im gleichen Ähm Maße aber ich glaube dann eher dass man Safe Moon als äh mh als Reward eben auch ausgeschüttet bekommt fürs Halten und wenn das wirklich wirklich so ist wie ich denke also nehmen wir mal an das ist die Annahme du hast Bitcoin du hast ETA du hast Safe Moon und andere Coins und die lässt du auf der Exchange und all diese Coins werden im gleichen Maße auch besteuert dann ist das aus Investorensicht eine Win-Win-Win-Win-Win-Win-Situation weil du erstmal fällt das Staking weg und ähm natürlich ist dein Portfolio Größe entscheidend aber 5% ist natürlich schon heftig viel und aus Sicht von ja von 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 Investoren würde ich dann eher sagen statt in einen Coin zu investieren oder beziehungsweise irgendwo mich breit aufzustellen zu lassen würde ich dann doch lieber eigentlich Safe Moon holen damit ich dann diese Token Ökonomie dann eben auch ausgeschüttet bekomme um letzten Endes mit Bitcoin mit ETA und 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 mit zu partizipieren das ist mein Gedanke wenn man nur Safe Moon bekommt zum gleichen Maße also das ist sehr sehr spannend und ich würde euch da nochmal am Laufen halten ähm am Laufenden halten wie der Stand der Dinge ist noch habe ich keine Möglichkeit gefunden mich in diesem Projekt ganz rein zu fokus ich habe das gestern nur kurz durch überflogen ähm aber das ist wie gesagt das was ich auf Twitter gelesen habe hier steht es auch Crypto Wallet ähm bei Info aber hier steht das nämlich auch das eben Rewards for Holding when you should be a reward for holding all Token Coins also dann muss es das sein aber wie sie das umsetzen ist für mich eine andere Frage aber wenn es wirklich so ist wie ich denke dann ist das einfach über krass also dann wird es wirklich 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 anfangen sehr sehr gut zu laufen und man muss auch sagen wenn man jetzt sich das White Paper anschaut wollen sie ja eine App eine Wallet integrieren wollen sie ja die Implementierung der Tokenökonomie ähm mit ähm in den einzelnen Börsen mit integrieren und all diese Sachen die sie eben angesprochen haben wurden hier auch erfüllt also das muss man hier an dieser Stelle sagen ähm sehr sehr gut dass alle Punkte alle diese Punkte erfüllt werden weil oftmals ist es so dass dann quasi im White Paper steht wir wollen das und das und das in dem Monat machen und dann siehst du einfach dass einfach da keine Entwicklung passiert kein Fortschritt ähm und deswegen finde ich sehr sehr gut dass SafeMoon da wirklich in dieser kurzen Zeit so viel an Input liefert ähm finde ich beeindruckend wir kommen einmal ganz kurz zu BTC Echo also ich selber mag BTC Echo ähm es ist sehr also ich es ist ein sehr sehr schönes Magazin ich bin da auch oft drauf ähm aber es sind hier einige Informationen die ich hier nochmal auch in diesem YouTube Video klarstellen möchte denn es werden hier einige Falschaussagen getroffen die nicht so der Richtigkeit entsprechen ähm was aber dem geschuldet ist wann dieser Artikel erstellt wurde denn am 17. März also kurz nachdem SafeMoon gestartet ist ähm ist dieser Artikel äh hier erschienen ähm damit du einfach mal äh eine Vorstellung hast was hier mit welchen Wörtern hier quasi ähm umhergeworfen wird ist ähm hier zum Beispiel SafeMoon hat insgesamt einen äußerst interessanten Token-Modell ja das aber primär darauf abzielt Hype zu erzeugen das ist so für mich eine Aussage das darauf abzielt Hype zu erzeugen ne nicht ganz also da muss man auf jeden Fall ähm das nochmal so ein bisschen ändern aber das ist zielt nicht darauf ab irgendeinen Hype zu erzeugen weil ein Hype äh ist hoch und runter sondern da wird schon konsequent dran gearbeitet nachhaltig ähm einen Mehrwert zu schaffen also im afrikanischen Markt einzusteigen im NFT-Bereich einzusteigen eine eigene Exchange äh zu entwickeln eine Schnittstelle zu entwickeln für die einzelnen Börsen wo eben die Token-Ökonomie auch greift das ist finde ich persönlich in der Defi ähm 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 also bahnbrechend deswegen es zieht nicht darauf ab Hype zu erzeugen ähm anderes Punkt Entwicklerteam dazu kommt dass das Entwicklerteam hinter SafeMode anonym ist nein überhaupt nicht also die sind nicht anonym vielleicht waren sie anfangs anonym ja aber die sind nicht anonym also sie stehen mit ihren mit ihren äh mit ihrem Gesicht auf der Website mit ihrem Namen es ist eine registrierte Adresse vorhanden es ist äh äh lizenziert also wenn ich jetzt mal hier raufgehe also es ist lizenziert und man kann einzelnen äh LinkedIn Accounts einsehen also die sind nicht anonym und die halten sich nicht wie irgendwelche Scam-Projekte im Hintergrund sondern sind im Vordergrund und ähm es ist schwierig zu sagen dass sie sie anonym halten aber das ist womöglich dem geschuldet dass eben dieser Artikel halt kurzfristig erschienen ist nachdem SafeMode gestartet ist und auch nochmal ähm eine andere Sache doch bisher hat noch keine externe Partei den Code des SafeMode Protokolls überprüft und verifiziert das ist auch nicht richtig denn aktuell läuft über Zertik äh auch ein Gigant im Bereich Audit ähm eine Überprüfung der Codes und das ist Zertik ist wie gesagt nicht klein ist auch ein Gigant auf dem Markt ne also ähm also ähm also aktuell läuft die Überprüfung aber vielleicht zu der Zeit am am 17. März womöglich nicht kann sein aber alles will Weile haben deswegen ähm wichtig an den Autor Herr Weidmann wenn sie das sehen bitte ähm ähm sorgen sie für eine Korrektur ähm weil wenn ich diese Sachen lese und wenn ich jetzt auf ähm ähm eingebe wir wir machen das mal wir gehen hier auf unbekanntes Fenster was ist SafeMoon das würde jetzt jemand eintippen der jetzt neu im Kryptobereich ist und ihr Artikel wird hier gleich als erstes genannt also ganz weit oben gerankt deswegen ähm finde ich es natürlich immer so ein bisschen ungünstig dass ähm so ein Artikel kurz vor Launch eben auch ähm erschienen ist berechtigt zu der Zeit ja aber wir sind mittlerweile jetzt ähm etwas mehr als ein Monat alt und vieles ist so schnell in äh in Prozess gekommen und auch die einzelnen Punkte die sie die sie hier genannt haben die sind so nicht korrekt und deswegen finde ich es natürlich unglücklich wenn jemand ganz neu in der Kryptoszene ist und sagt was ist SafeMoon äh in Google eingibt ähm und dann sieht ähm oder mit Wörtern wie es ist dazu da um Hype zu erzeugen oder das äh Entwicklerteam ist anonym oder der Code wurde noch nicht überprüft wenn sie wenn diese ähm Mitglieder oder wenn diese Menschen eben das lesen dann werden sie natürlich Abstand halten klar die wissen eben nicht dass die einzelnen Punkte die wir jetzt hier in diesem YouTube Video durchgesprochen haben bereits ein Macher sind und deswegen finde ich es ein bisschen schade dass das ganze so mal ein bisschen auch stehen bleiben muss und da wäre ich natürlich für eine ähm Aktualisierung eben auch dankbar damit eben hier keine ähm ähm offenen Fragen entstehen ja kommen wir mal zum äh äh von John Koroni also die Devs wollen es wissen ne also also ich allein auch schon direkt äh den CEO an zu twittern please direct me also ne schickt mir äh also direkt einmal an zu twittern finde ich schon Respekt Respekt finde ich gut hier wird auch direkt der der CEO von Binance äh angesprochen das ist übrigens der hier und ähm ja lass mal lass uns mal reden bitte schreib mir mal ähm ist da vielleicht was in Mache ist da vielleicht was in im Gespräch das wissen wir alles noch nicht das was wir wissen ist ähm ich habe tatsächlich diese Registerkarte nicht drinne aber gestern in der in der Ask Me Anything ist ähm wurde von den Dev Teams gesagt dass zwei Börsen unmittelbar vor der Listung stehen zwei Börsen stehen vor der Listung unmittelbar für mich ist dann natürlich die Frage welche Börse es sein wird KuCoin Coinbase Kraken Binance oder vielleicht andere Börsen die man gar nicht kennt man muss halt sagen WhiteBit und BitMart sind ähm relativ ich sag mal relativ kleinere Börsen aber wenn die das schaffen eines von diesen Börsen die ich gerade genannt habe sich zu listen holle die Waldfee ich glaube nicht dass das Coinbase also das Coinbase sein wird glaube ich eher nicht weil solange das nicht abgeschlossen ist wird Coinbase sicherlich nichts listen weil ich könnte mir schon vorstellen vor allen Dingen vor dem Börsengang wenn sie irgendeinen Coin listen ähm ich nehme mal an wenn irgendwas am Code nicht richtig wäre ähm dann fällt alles auf Coinbase zurück und sie hatten ja auch vor kurzem ja auch Ripple ähm aus der Listung rausgenommen weil eben auch Ripple mit der SEC gerade aktuell in in Rechtsstreit ist und Coinbase wollte damit auch nicht zu tun haben deswegen die D-Listung und ähm aber solange wie gesagt das noch nicht abgeschlossen ist wird eine Listung bei Coinbase nicht machbar sein aber ich lasse mich eines besseren belehren ich würde natürlich durchdrehen wenn Coinbase wenn save mode of Coinbase gelistet wird ähm ohne Ende und in diesem Falle Binance ist natürlich schon ein starker Partner wenn das passiert ist ich muss sagen dieser Artikel kam am 9. April raus also aber ich finde es natürlich auch schon hier direkt anschreiben oder erwähnen das suggeriert natürlich im Community Bereich dass eben da auch etwas Mache ist und das gleiche eben auch mit Coinbase ne das suggeriert auch dass da etwas im Mache ist also ähm ich finde es schwierig wenn man so jung ist und noch nichts da spruchreif ist da nochmal solche Sachen zu twittern ähm finde ich schwierig aber okay mhm wir kommen zum letzten Punkt jetzt an die Leute ähm die jetzt sagen wo ist mein Lambo also also ich muss euch mal eines sagen eine Investition zu tätigen ist leicht man man muss aber auch dem Zeit geben man muss den Wert eines Projektes verstehen ähm ich würde niemals blind irgendwo etwas von meinem Geld wofür ich wirklich hart arbeite ähm investieren und deswegen bin ich umso genauer bei der Recherche also nehmen wir mal an SafeMoon hält sich an die Roadmap und erfüllt alle Punkte die auf der Roadmap hinterlegt sind oder sogar übererfüllt die Punkte dann ja könnte ich mir schon durchaus vorstellen dass dass man auch mit einem Preisanstieg auch einher geht aber der Preis kann auch fallen ne also deswegen ähm du solltest wenn du jetzt sagst ich will reich werden ähm gebe ich dir hier nochmal noch ein zwei Tipps nochmal an die Hand weil das eben auch ein großer Teil äh von Investment eben auch einher geht und zwar ähm wenn du investierst dann hab eine Exit Strategie das ist ganz ganz wichtig weil stell dir mal vor folgendes Beispiel du bist in einem Zeitalter wo der Bitcoin bei einem Preis von einem Cent ist und du beschäftigst dich damit du hast äh dich damit auseinandergesetzt du sagst alles klar das könnte die Blockchain Technologie könnte unsere Welt beeinflussen oder könnte ähm unsere Welt verbessern wie auch immer du bist überzeugt und du sagst okay ich hab tausend Dollar ich investiere jetzt in Bitcoin und ähm hab dann letzten Endes tausend Dollar investiert in Bitcoin und äh du kriegst dann ähm demzufolge auch hier sehr sehr viele Bitcoins auch raus dann ist die also hunderttausend Bitcoins dann ist für dich die wichtigste Frage wenn du jetzt bei einem Cent investiert hast mit tausend Dollar und der Bitcoin steigt auf zwei Cent zwei Cent verkaufst du deine Bitcoins wenn nicht der Bitcoin steigt auf drei Cent verkaufst du sie nehmen wir mal an der Bitcoin steigt auf hundert Dollar und du hast hunderttausend Stück verkaufst du sie also was ich damit sagen will ist du brauchst eine vernünftige Exit Strategie damit du nicht verkaufst wenn der Markt einkracht dann denkst du so okay damit dein Geld ist weg dann kannst du auch schlechter schlafen oder dann bist du in dem Krypto-Bereich verbrannt ne ähm also ich hab auch mein Lehrgeld bezahlt klar keine Frage aber ähm es muss immer wichtig sein du brauchst eine Exit Strategie weil ich wüsste jetzt nicht wie ich handeln würde wenn ich jetzt äh hunderttausend Bitcoin habe und ähm ich erlebe die Zeiten wo es auf tausend Dollar ansteigt und dann auf äh hundert Dollar wieder erfällt und dann ähm seitwärts jahrelang seitwärts läuft ein seitwärts Trend ähm läuft und dann auf 5000 Dollar steigt also das sind für mich so Szenarien ähm da brauchst du eine vernünftige Exit Strategie weil stell dir mal vor der Bitcoin du hast bei 1 Cent gekauft und der Bitcoin steigt auf 20 Cent und du denkst so oh mein Gott ähm das wird jetzt auf 30 Cent steigen und der sinkt dann einfach auf 2 Cent und dann wüsst du auch sagen verdammt wieso hab ich nicht verkauft dann wirst du spätestens bei 20 Cent wieder verkaufen also vielleicht ne muss nicht muss nicht heißen aber du brauchst eine Exit Strategie und Punkt Nummer 2 ist die Dimension ist wichtig also du darfst natürlich nicht in Dollar oder Euro rechnen wenn du eine Exit Strategie hast sondern in Prozent ähm oder in mal stell dir mal vor du hast 50 Dollar und du investierst in etwas und auf einmal steigt wird aus deinem 50 Dollar wird 100 Dollar dann ist das ein Gewinn von 100 Prozent aber jemand es gibt auch Menschen die 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 haben Kapital von mehreren Millionen Dollar und wenn da jemand 10 Millionen oder oder jetzt mal eine Million in eine Münze steckt und daraus dann 2 Millionen wird dann hört sich das natürlich äh hat dieser Mensch mehr Gewinn gemacht klar rein aus dem Wertbereich ja aber ihr beide habt 100 Prozent Gewinn also die Dimension ist wichtig an Geld es gibt Menschen die haben die werden mehr haben und das sind dann auch Wale die das sind hochprofessionelle Trader die arbeiten damit mit sehr sehr viel Geld und natürlich sind bin ich ein kleiner Fisch dagegen ja oder ein Schrimp die Dimension ist wichtig Punkt Nummer 3 ist das Wann ist wichtig und das Wann kannst du hier gleichsetzen mit der Marktkapitalisierung also das heißt bei welcher Marktkapitalisierung investierst du wenn ein Coin eine Marktkapitalisierung von ja Billiarden hat als Beispiel oder Millionen hat als Beispiel und ähm dann ist es natürlich schwierig dass diese Marktkapitalisierung weiterhin ähm steigt also es wird natürlich steigen aber nicht so wie als hättest du etwas investiert was eine sehr sehr niedrige Marktkapitalisierung hat also ich konzentriere mich zum Beispiel auf Coins die ähm unter einer bestimmten Marktkapitalisierung sind also 100 Millionen 10 Millionen 5 Millionen wie auch immer dann kann ich aber auch davon ausgehen wenn ich die einzelnen Top 20 Coins mal analysiere wie deren Marktkapitalisierung ist und sage okay der Mehrwert ist da und ähm die Roadmap ist soweit äh legitim und auch die einzelnen Informationen ähm und Ergebnisse die ich geprüft habe sind valide ähm und ich male mir so und so viel Gewinn aus dann ist natürlich die Chance so viel höher dass du mit deinem Geld dann verhundertfachst ganz klar ähm und der letzte Punkt ist die Zeit ist immer auf deiner Seite das heißt wenn du etwas investieren wenn du irgendwo investierst dann wirst du nicht über Nacht reicht es gibt da einige Beispiele ja aber ähm du wirst nicht über Nacht reich werden also wenn du das Ziel hast reich zu werden dann ähm dann musst du wirklich wirklich in Coins schon investieren die wirklich wirklich sehr sehr klein sind aber das ist so schwierig dann auch aber wie gesagt die Zeit ist auf deiner Seite du musst dem Zeit geben ähm es bringt nichts wenn du abends investierst und dann morgens verkaufst da es ist selten dass du da einen Gewinn hast selten ähm du solltest schon irgendwie auf langfristige Sicht gehen wenn du ein gutes Projekt vernünftiges Projekt gefunden hast ähm Safe Mode ist zum Beispiel für mich ein gutes Projekt wir haben ja gute valide Ergebnisse und ähm da werde ich natürlich auch nicht über Nacht reich ähm ich gebe dem zwei, drei Jahre Zeit also ähm du solltest in Jahreszyklen äh arbeiten und ähm ich werde auf jeden Fall denke mal ein Jahr definitiv aber so zwei Jahre drei Jahre je nachdem wie der Fortschritt ist wie das Wachstum war ähm werde ich dem Zeit geben aber an sich bin ich ein Langzeitholder also ähm bei Bitcoin bin ich seit 2016 ähm ähm und da habe ich auch geholdet also ich habe da auch meine Coins äh seit fünf Jahren nicht einmal angefasst und angerührt und deswegen solltest du immer auf langfristige Perspektive gehen weil hin und her macht Konto leer wenn du dich in das Trading versuchen willst hin und her macht Konto leer ähm das sind soweit meine Tipps meine Erfahrungen die ich hier in den letzten Jahren sammeln konnte und durfte ähm ja das sollte es mal auch jetzt gewesen sein für heute ich danke euch recht herzlich dass ihr dabei wart hier in meiner äh Folge im Format Kryptosphäre wo wir hier in ja in relativ ich sag mal langer Zeit ähm gute Analysen durchgeführt haben gute auf ja auf ähm valide Ergebnisse zurückgegriffen haben wir haben äh Zusammenhänge erkannt und das ist auch das was mir immer wichtig ist dass ich dir dann aufzeige vielleicht nimmst du das ein oder andere mit aber dass du Analysen dass du analytisch eben auch fit wirst um eben Zusammenhänge zu erkennen und nicht nur auf CoinMarketCap und Börse oder vielleicht die Website von deinem Projekt XY sondern dass du den gesamten Markt kennst und dass du die gesamten Analyse ähm Tools dann auch als Werkzeug aneignest damit du einfach ähm eine größere Sichtweite hast weil wie Gordon Gekogos das gesagt hat ähm wenn du die Informationen hast hast du die Macht und wenn ich in einem Punkt irgendwas falsches erkenne dann schlagen wir die Alarmglocken aber bei SafeMoon ist alles soweit Stand jetzt ich weiß nicht was in Zukunft kommt ähm jetzt erstmal alles soweit legitim und valide Information ähm ja dann danke ich dir recht herzlich ähm es freut mich sehr dass du dabei warst und ich hoffe dass ich dir im nächsten Video wieder dabei haben darf und ähm ja wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Abend und ähm bis zum nächsten Mal dein Hugo von der Kryptosphäre danke